Na, habt ihr euch versteckt, ne? Also, das ist schon cool, wie sich das verändert hat, wir nennen ja Digitalkameras, gell? Ja, schlecht, ne? Wenn du überlegst, was das früher immer für ein Stress war, Entwickeln, alles... Das war schon damals, Fortschnitt, da hättest du, wie ihr steht, die erst auf dem Markt gekommen sind. Ja. Ja, bin nicht bekannt. Können aufhauen, gell? Ja. Ja. Das war überlegt, bei jedem Bild, ja. Ja, genau. Und die Super 18, ne, gell? Mein Opa, ja, das... Ja, 8 G2. Ja, auch noch, weil ich jetzt mal einen Bruch hatte. Ja. Ja, das ist krass, wie schnell sich das verändert hat, hey. Und vor allem, du kannst jetzt Fotos machen, weißt du? Ja, das könnte ich früher nur machen, da hättest du viel Glitz drauf, und was weiß ich eh, inzwischen... Ja. 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 Ja.